So, Hallihallo Leute und Willkommen zu einem neuen Let's Play, wie ihr hier schon seht, heißt das Spiel Jandera Simulator, wie auch besser ausgesprochen wird. Ihr seht da schon etwas blinken und zwar Most Shooters are missing or unfinished. Dies hier ist ein sehr frühe Alpha, es sind nicht einmal 5% dieses Spiels fertig. Raw Sewage, Cooked Sewage, Microwave-Ready Sewage, True Nightmares, Eldritch Monstrosities, Bald Assassins, DK Mode, Faked Hands, Titans, Murderous Ice Fairies, Impossibly Strong Punches, Genocide Crusades, Spooky Scary Skeletons, Standing on the Edge, Zombies, Vampires, Succubi, Lewd Manga, Busty Pink-Haired Schoolgirls, Game Breaking Bugs, An Overworked Programmer, and Much Worse. Und das waren mehr oder weniger alles die Gründe, weshalb ich dieses Spiel spielen wollte, oder weshalb wir das jetzt spielen. Wie gesagt, es sind nur 5% des Spiels fertig, es kommen regelmäßig Updates für dieses Spiel raus, die man sich runterladen kann. Dieses Spiel ist momentan, also diese Alpha, die ich hier spiele, ist momentan kostenlos, die könnt ihr euch auch laden und auch spielen, falls ihr dazu Lust habt. Einfach mal danach googeln. Genau, das Spiel wird von diesen Leuten hier gesponsert, was ich super finde, weil die Idee dahinter finde ich echt genial. Happy Life, Induction Foundation. Also es ist jetzt so, dieses Projekt wurde von einem Typen, soweit ich weiß, ins Leben gerufen, der allgemein Spieleentwickler war und auch schon bei größeren Spielen mehr oder weniger mitgearbeitet hat. Und er wollte sich selbstständig machen, woraufhin er halt dieses Spiel angefangen hat. Ja, ich habe es noch gar nicht getestet, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, was man überhaupt machen muss. Man hat aber vielleicht da schon mal kurz was gesehen. Was ist Jandere Simulator oder ich weiß gar nicht, ob das Wort Jandere das automatisch bedeutet oder, naja, auf jeden Fall geht es darum, dass wir mehr oder weniger eine Schülerin spielen, wie man hier vielleicht sieht, diese halt unstäblich in den Typen verliebt ist. Und zwar so sehr, dass sie, wenn sie, ähm, also sie ist extrem schüchtern gegenüber denen und sie will einfach nicht, dass er mit irgendeiner anderen was anfängt. Und wie man vielleicht hier schon sieht, beseitigt sie einfach alle Konkurrenten, wenn es sein muss. Also es ist wirklich verrückt, so sehr liebt sie ihn. What danger is your ideal lover? Ähm, also welches Geschicht ich liebe? Female. Ah, dann, achso, ja, gut. Ähm, female können wir anscheinend... Ach, jetzt müssen wir uns den Charakter erstellen, den wir, ähm, lieben würden, sag ich mal. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Äh, ihr habt vielleicht gesehen, es kommt anscheinend auch noch dazu, dass man, ähm, dass es auch noch, äh, dass es im Gegenteil gibt, dass man also keine Schülerin spielen muss. Machen wir es jetzt einfach mal so. Jo. Guck mal, ich kann sogar die Uniform aussuchen. Finde ich dir am coolsten. Wir nehmen Uniform 5. Yes. I can't feel anything. For as long as I can remember, I've never been able to feel emotions. I pretend to be normal when I'm around other people. But on the inside, I feel nothing. It's not as bad as it may sound. I know that I'm broken, but I don't care. This is normal for me. But everything changed when I met him. My senpai. For the first time, I felt something. A strong desire. A longing. A yearning. A craving. Now I understand what it means to be human, to be alive. I'm addicted to the way he makes me feel. I don't care about anything else. He is everything to me. And now, someone is trying to take him from me. And I think there's a problem that I've heard. She wants him. But not in the same way that I want him. She could never appreciate him the way I do. She doesn't deserve him. He belongs to me alone. She has taught me a new emotion. Rage. I want to stop her. I want to hurt her. I want to kill her. Okay, that's what you're doing right now. There is nothing I won't do for senpai. I won't let anyone come between us. I don't care what I have to do. I don't care who I have to hurt. I don't care whose blood I have to spill. I won't let anyone take him from me. Nothing else matters. No one else matters. Senpai will be mine. He doesn't have a choice. Okay. Okay. Okay, bevor ich jetzt hier die Textbox weitermache. Ich finde es erstens super, dass das Ding überhaupt eine Sprachausgabe hat. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Und ich finde die sogar echt gut gemacht. Die Story haben wir jetzt gerade mitbekommen. Wir spielen anstatt eine Perle. Die hat vorher nichts gefühlt. Als ich dann unschärblich in den Typen verguckt. Und auf einmal fühlte sie was. Sie hat endlich gemerkt, was Leben bedeutet. Blablablub. Dann wollte, also dann jetzt will jemand ihr den Typen mehr oder weniger wegnehmen. Und sie will ihr wehtun. Auf, naja, nicht nur wehtun. Es wurde ja auch so Kill genannt. Aber ich denke mal, das haben auch die meisten verstanden. Es ist nämlich kein schwieriges Englisch. Und es ging jetzt halt so weit, dass sie jetzt schon Besitz ergriffen hat. Also jetzt sagt er ist mein Besitz. Er hat keine Wahl. Okay, gucken wir mal, was wir hier texten. Kenne ich dich? Ich habe dich in der Oberstufe stalken gesehen. Upperclassman. Okay, ich weiß jetzt nicht, was Upperclassman genau ist. Hast du ein Problem damit? Nein. Ich wollte dir ein paar Informationen geben. Über die Frau, die er mit war. Nein, ich möchte dir nur einige Informationen geben. Ähm, mit welchem... Ach, Upperclassman mit dem, ähm, Schüler der höheren Klasse. Also ein Schüler aus einer Klasse, die um einen höher ist. Und sie möchte uns jetzt Informationen geben über das Mädchen, mit dem er rumgelaufen ist. Okay, Osana Najimi. Okay, Osana Najimi. Sie hat einen Krasch an ihm. Okay. Sie glaubt an den Mythos über den, ähm, Kirschbaum hinter der Schule. Sie glaubt an den Mythos über den, ähm, Kirschbaum hinter der Schule. Warte mal. Ja, Love to someone underneath. Ja, halt. Gebunden wird. Korrekt. Sie ist planen, zu ihm nächsten Freitag zu confessieren. Okay, und sie will anscheinend die Liebe mit ihm unter diesem Baum verbinden. Warum sagst du mir das? Ich wäre froh, wenn etwas Schlimmes zusteht. Ich glaube, du bist die richtige Person, die ihr, ähm, geben kann, was ihr zusteht. Wer bist du? Ich bin die Person, die sich Info-Chan nennt Info-Chan in der Schule. Okay, sie ist die Person, die sich Info-Chan nennt. Ich habe Ruhmere über dich gehört. Du schraubst Mädchen und schaust Pantyshote zu Mädchen. Niemand kennt deinen echten Namen. Die Ruhmere sind wahr. Wenn du ever ein Favorit brauchst, texte mir einen Pantyshot und ich gebe dir. Was ist ein Pantyshot? Ich würde mal sagen, irgendein Foto oder so, ich weiß es nicht. Oder kurz anrufen oder sowas. Auf jeden Fall, wenn wir einem Gefallen wollen, sollen wir sie, ähm, kontaktieren. Wenn du keine persönliche Informationen über jemanden in unserer Schule wissen willst, sende mir einfach eine Fotografie mit ihrem Gesicht und ich erzähle dir alles, was ich weiß, über sie. Okay, wenn wir irgendwelche Informationen über irgendwelche Leute haben wollen, braucht sie nur ein Foto von dem Gesicht. Dieser Person. Du bist merkwürdig. Du bist ein Stalker. Wenn du meine Hilfe willst, texte mir. Wenn du nicht weißt, ignoriere mich. Okay, wenn wir ihre Hilfe wollen, sollen wir sie anschreiben. Wenn wir nicht, dann sollen wir sie ignorieren. Du hast eine Woche, bis dein preisierter Senpai zu Osana-Chan gehört. Okay, wir haben nur noch eine Woche. Und dann wird es wahrscheinlich Freitag sein. Und Osana wird das, wird halt mit ihm zum Kirschbaum gehen. Ich hoffe, du machst, dass du sie zufrieden machst. Ich hoffe, du machst, dass du sie zufrieden machst. Sunday, Monday. Challenge, continue. Okay. Also haben wir nicht ganz eine Woche. Ja, und das sind dann wohl wir. Wir laufen einfach mit WASD. Haben wir hier irgendwie Controls. Ah, guck mal. Mit Enter habe ich hier doch was. Request a favor, Photo Gallery, Student Info, Task, Main Menü. Was ist, wenn ich Main Menü mache? Nichts. Warte mal. Saving kann ich gerade nicht, also lasse ich das jetzt mal. Das ist unser Senpai. Also das ist Info, mit der wir gerade mehr oder weniger geschrieben haben. Das ist unser Senpai, den wir halt mehr oder weniger verführen wollen. Das sieht aber jetzt anders aus, als den wir, den wir kreiert haben. Task. Äh, hier steht jetzt absolut nichts drin. Äh, ja gut. Können wir hier noch irgendwie was machen? Wir können rennen. Ah, das ist... Huch. Wir... Können uns Unterhosen aussuchen, die anscheinend auch... Boni geben, so wie es aussieht. WTF. Wie viele? Ähm. Das ist für die Perfektion, wenn ich perform. Gendreer Actions. Ich glaube, Gendreer sind dann diese Mord-Action. Bonus wenn conviction to students, to fall in love. Bonus wenn golden post student, students have a smaller range of signs. Faster one speed, bonus wenn apologised. Pools of blood are smaller, leaf less bloody footprints. Bonuswende about as a student The sanity meter will decrease slower Extra student points during class Okay, es ist sehr interessant, was die Dinger für Boni haben Ich würde sagen, wir laufen heute aber mal noch mit der normalen rum Und hier ist unser Senpai-Schrein Wo wir eine Zahnbürste von ihnen haben Die haben wir aus seinem Haus geklaut Und wir waschen uns anscheinend auch nur mit selbst die Zähne Hier ist ein Pflaster von ihnen Das er weggeworfen hat Und etwas von seinem leckeren Blut klebt er noch dran Das ist ein Apfel, an dem er einmal gebissen hat Und wir lecken an den Zahnabdrücken davon Also ich versuche, so viel wie möglich für euch zu übersetzen Aber hauptsächlich sinngemäß Und nicht unbedingt 1 zu 1 Also Corkboard, da haben wir nichts Da werden wir anscheinend irgendwelche Fotos aufhängen müssen Sonst können wir hier nichts machen Was ist das hier für eine Konsole? Menno, ich will wissen, was das für eine Konsole ist Gut Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter Exit School Town Basement Ich würde mal sagen Es ist 6.30 Uhr am Morgen Wann fängt in Japan die Schule an? Ich würde mal sagen, wir gehen zur Schule Weil ich weiß jetzt nicht genau, wann in Japan die Schule anfängt Meine fängt zum Beispiel um 7.45 Uhr an Früher um 8 Uhr Jetzt ist es weiß Kann ich? Wow Ja, kann ich Carry Ah, okay Kann ich das Ding auch loslassen? Nein Füll Bucket first Huch Ah, rechtsklicken wir unsere Kamera raus Das ist ja interessant, Moment Talk Äh, apologize, quips, bye Compliment Ich wollte nur sagen, dass du heute so schön bist Really? Wow, danke Äh, warte, 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 warte Warte, warte, warte Send Do you want me the person to identify the person? Please get me a clearer shot of her face Okay Nimm die Hand weg Ah, Mist Send Ich will mal gucken, wie das ist Ah, guck mal Personality Teacher's Pet Leerer's Haus Hier Crush Keine Mag Light Musik Blablabla Aber Typen interessieren uns ja Denk ich mal sowieso Eigentlich so gut wie gar nicht Ähm Was mir auf jeden Fall fehlt sind Ingame Sounds Muss ich grad zugeben Send Sacrugabuser Wir müssen ja jetzt mehr oder weniger Die Perle ausfindig Die will, dass ich von ihr Fotos mache Die wolltest anscheinend nicht so Fuck Ach, die will wirklich keine Fotos So Ähm Lol Alle in Reihung Boah, was für Brüste Kein Stück übertrieben Was zur Hölle Das ist Ah Äh, das ist die Person hier, die wir lieben Die hier vor uns grad Äh, immer wenn wir ihr zu nahe kommen Seht ihr ja, was grad passiert So Ich muss ja Dich hatte ich glaube ich, oder? Ja Ich erwisch natürlich die gleiche nochmal Ja, ich weiß, dass du Fotos magst Denkabuser Nein Ich würde grad fragen, ob du weiblich bist Die will keine Fotos Ich muss da einen Namen wissen Ähm Flüstern wir ihr mal was I have something to tell you about this student Oh my gosh That sounds awful Okay Minus 1 haben wir bekommen Wir machen dir einfach mal ein Kompliment Komplimente mögen doch die meisten Die Sache ist Ja, ist das klar genug? Warte mal Was? Äh, du Du Warte mal, du warst doch eine, die Fotos mag Ich will nochmal kurz was gucken Wir können Anscheinend Ihr seht ja oben die Symbole Wir können anscheinend auch Fotos von der Unterwäsche Der Der Personen machen Um noch mehr Informationen zu bekommen Ich hab ehrlich gesagt aber schon den Namen vergessen Von Der, die wir Ey, irgendwie gefällt mir der Style Das war voll daneben Könntest du nicht mal Eine Sekunde stehen bleiben Ich will dich Fotografieren Die will wieder kein Foto Ey, das sind viel zu viele Schüler Der Kirschbaum Moment Bist du es? So Klar genug Die ist doch genau in der Mitte Ich kann mir vorstellen, dass es sie ist Da sie ja an den Mythos glaubt Ähm Wir sollten uns vielleicht nicht unbedingt Na, was war das? Warte Ne Die da ist rot Hier drin irgendwo Ist aber nicht Krankenschwester Das kriegst du es nicht gebacken Ich muss doch wissen, wie die Ja, hier sind mehrere Rot Die da draußen ist auch rot Kann ich mit dir reden? Ne Ich könnte mir eine Spritze und sowas mitnehmen Hab ich denn irgendwie ein Inventar oder so? Anscheinend nicht Okay, Leute Wir gucken In der nächsten Folge mal weiter Was sich hier noch tun lässt Ich hab auf jeden Fall gesehen Auch wenn das Spiel erst um 5% fertig ist Man kann ja schon einiges machen Das Spiel kann auch recht lustig werden So wie ich das gesehen hab Aber Ähm Wir werden sehen, was sich machen lässt Bis zur nächsten Folge, Leute Ciao